Ich lerne Deutsch. Nummer 8711 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Ich kann mehr erreichen, wenn ich auch in meiner Freizeit online bin. Normalerweise trinke ich keinen Alkohol, aber dieses Glas sieht sehr verlockend aus. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. Der Spieler hat genau in die Mitte getroffen. Er hat gewonnen. Gerechtigkeit zu respektieren bedeutet, für Gleichheit und Fairness einzutreten. Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwelche Termine machen kann. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwelche Termine machen kann. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich weiß nicht, ob ich heute nicht. Vielen Dank.